In diesem Video lernst du alles, was du wissen musst, wenn du von Windows auf Ubuntu umsteigen möchtest. Am Anfang des Videos behandeln wir die Installation, aber später auch die erste Einführung und Tätigkeiten, die du unbedingt machen solltest, wenn du anfängst Ubuntu zu nutzen. Erstmal von weg, was brauchen wir für die Ubuntu-Installation? Das wäre einmal einen USB-Stick, der sollte mindestens 8 GB groß sein. Ich würde ihn nicht größer als 32 oder 64 GB wählen, also am besten 8 oder 16 GB und dann brauchen wir natürlich etwas Speicherplatz auf unserer Festplatte. Das können wir mal checken, indem wir hier auf Start in unserem Windows gehen und mal nach Partitionen suchen. Da finden wir einmal Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Das schauen wir uns mal an. Hier sehen wir den Kollegen und hier sehen wir auch, wie viel Prozent jetzt hier noch frei ist und wie viel Prozent schon belegt sind. Für die Festplatte C wäre das beispielsweise in meinem Fall noch 70% frei. Super. Ich empfehle euch ganz, ganz stark, vor allen Dingen, wenn ihr Anfänger seid, Ubuntu neben eurem existierenden Windows zu installieren. Einfach, dass ihr noch ein altes, vertrautes System da habt. Das könnt ihr ja später irgendwann nochmal komplett runterlöschen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Aber am Anfang empfehle ich euch, vor allen Dingen, wenn ihr das alles das erste Mal nutzt, das Ganze daneben zu installieren. Weil Linux ist natürlich großartig, aber vor allen Dingen am Anfang kann das System an manchen Stellen auch etwas überwältigend sein. Auf die lange Hinsicht lohnt sich Linux auf jeden Fall. Es ist einfach wichtig, nochmal ein Backup in der Tasche in gewisser Weise zu haben. Wenn man an einer Stelle bei Ubuntu irgendwann mal nicht weiterkommen sollte, ist man immer noch nicht aufgeschmissen. Deswegen immer erstmal daneben installieren. Runterschmeißen können wir Windows so oder so noch. Dafür brauchen wir ein bisschen Festplatte- und Speicherplatz. Ich empfehle für den produktiven Betrieb mindestens 100 GB. Am besten macht er bei eurer Partition halbe halbe. Theoretisch kann man Ubuntu auch auf einer 20 GB großen Partition installieren. Aber ihr merkt, dann kann man da gar nicht so viel Daten und so weiter abspeichern. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch nochmal, dass ihr ein Backup von euren Daten habt, die auf eurem Windows-Betriebssystem sind. Wenn ihr alles richtig macht, sind eure Daten zu jedem Zeitpunkt sicher. Aber trotzdem schadet es nicht, nochmal zur Sicherheit die Daten auf einen anderen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte kopiert zu haben. Einfach nur, dass wir nochmal auf Nummer sicher gehen. Wichtig ist auch, dass der USB-Stick, den wir gleich verwenden werden, dass dieser leer ist. Beziehungsweise, dass alle Daten auf diesem USB-Stick für die Installation gelöscht werden können. Weil was wir am Ende machen, ist ein Installationsmedium herunterladen, das auf den USB-Stick ziehen und von dem USB-Stick dann unser Ubuntu installieren. In meinem Fall wählen wir mal die Datenträgerverwaltung aus und ich verkleinere jetzt hier in dem Fall meine C-Festplatte, weil ich hier meinen freien Speicherplatz schaffen möchte. Wir können hier einmal Volume verkleinern auswählen und dann dauert das einen Moment. Und hier können wir jetzt unseren Speicherplatz festlegen, weil ich jetzt hier nur ein Testsystem habe und euch das nur demonstrieren möchte. Reichen für mich jetzt hier die 20 GB, aber ihr solltet hier unbedingt für den produktiven Betrieb mindestens 100 wählen, meiner Ansicht nach. Nebenbei, wie ist hier die Umrechnung? Wir schreiben in meinem Fall eine 20 für 20 GB und schreiben dann nochmal drei Nullen hinterher. Ich wähle verkleinern aus und dann macht ihr das Ganze auch schon. Perfekt. Währenddessen, der hier eventuell das noch macht, müssen wir auch erstmal Ubuntu herunterladen. Das machen wir, indem wir auf die Seite ubuntu.com gehen. Hier oben können wir auf get Ubuntu gehen, download Ubuntu Desktop und das Coole ist natürlich, Linux ist komplett kostenlos. Hier wählen wir einmal Download Ubuntu Desktop aus und wählen dann jetzt in unserem Fall die 24.04 LTS. Bitte stellt sicher, dass ihr eine LTS Version herunterladet und keine andere Version, wie beispielsweise jetzt eine 23.10 oder eine 24.10 oder sowas. Die LTS Version ist die stabile Version, die man unbedingt nutzen sollte. Außer ihr seid sehr erfahren und wisst, was ihr tut. Für den Anfänger würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich selber nutze auch nur LTS Version. Dann wähle ich einmal Download LTS aus. Das dauert ein Momentchen. Wir brauchen tatsächlich aber noch ein zweites Programm. Das können wir unter edger.io aufrufen. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung. Und hier wählen wir einmal Download Edger aus und dann können wir hier einmal Download for Windows. Ich nehme jetzt mal die portable Version. Das reicht total aus. Ich wähle Download aus und dann ziehen wir uns das hier auch runter. Nachdem nun alle Dateien heruntergeladen wurden, können wir nun hier einmal bei Balena Edger Portable diese Datei öffnen. Das ist das Programm, womit wir jetzt gleich unseren USB-Stick beschreiben. Und zwar mit der Installationsdatei, die wir heruntergeladen haben. Da sind wir mit Balena Edger. Ich wähle einmal Flash from File aus. Dann gehe ich hier einmal in meinem Fall auf Downloads und hier finden wir unsere Ubuntu-Datei. Da wähle ich einfach mal Öffnen aus und dann können wir hier schon unseren USB-Stick auswählen. Wichtig, den solltet ihr jetzt reinpacken. In meinem Fall habe ich das jetzt nicht, aber die nächsten beiden Schritte kriegt ihr selber hin. Ihr wählt den richtigen USB-Stick aus und wählt dann Flash aus. Das war's. Mehr muss man nicht machen. Ganz einfache Schritte. Und das wäre es eigentlich zum Erstellen unseres Installations-Sticks. So, wenn wir damit fertig sind, haben wir nochmal eine Sache. Und das ist die letzte Sache, in die ich euch schicken muss. Und zwar ist das, wie wir jetzt von diesem USB-Stick auf unserem Rechner starten. Dafür müssen wir unseren Rechner auf jeden Fall neu starten und eventuell im BIOS etwas umstellen. Das ist ungefähr so ein Fenster, was wir hier sehen oder hier so etwas, wenn es ein bisschen moderner ist. Die Sache ist aber, jeder Hardware-Hersteller hat da sein eigenes BIOS und seine eigenen Tassenkombinationen und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt wissen willst, wie du selber nun von diesem USB-Stick startest, dann würde ich dir empfehlen zu suchen, dein Modellname, beispielsweise Lenovo Yoga X13 und dann Boot USB. Das können wir mal suchen und dann sollten wir hier direkt auf eine Seite vom Support von Lenovo, beispielsweise kommen, je nachdem, was euer Hardware-Hersteller ist. Es gibt auch Videos, wie man das macht, auch wenn das jetzt ein Modell drunter oder drüber ist von eurem eigenen Modell, dann kann das schon ziemlich hilfreich sein. Ansonsten, Tastenkombinationen sind häufig F8, F9 oder F11, F2 manchmal auch noch, Entfernen oder Escape. Eine dieser Tastenkombinationen könnt ihr in der Regel beim Start des Rechners drücken und dann könnt ihr in ein Boot-Menü kommen oder in die BIOS-Einstellung, wo ihr dann auch eventuell schon Sachen durchstarten könnt. Aber schaut, dass ihr das Boot-Menü aktiviert und dann dort den USB-Stick startet. Ich habe das jetzt bei mir auch mal nachgeschaut, dann sehen wir uns gleich wieder alle gemeinsam, wenn wir folgenden Bildschirm gleich sehen werden. Wir sollten ungefähr so einen Bildschirm hier sehen mit Try or Install Ubuntu und so weiter. Ich wähle mal das allererste Try or Install Ubuntu aus. Das müsste auch standardmäßig hochfahren und dann warten wir gleich mal. Jetzt starten wir gerade von unserem USB-Stick durch, bis sich das Installationsmenü öffnet. Und da wären wir mit unserem Installationsmenü. Wir wählen einmal unsere Sprache aus und wählen Weiter aus. Und hier können wir jetzt nochmal verschiedene Barrierefreiheitsoptionen wählen. Ich lasse das in meinem Fall und wähle Weiter aus. Hier können wir unsere Tastaturbelegung auswählen. In der Regel ist das ganz normal die deutsche Tastatur. Ihr müsst da nichts ändern. Wenn ihr einen Mac habt, dann könnt ihr hier nochmal eine andere Tastaturvariante auswählen. Beispielsweise Macintosh. Könnte aber auch schon automatisch erkannt sein. Ich wähle in dem Fall einfach mal Weiter aus. Und wir kommen zu unserer Frage, wollen wir uns mit dem Internet verbinden während Installation? Auf jeden Fall empfehlenswert, weil dann können wir nämlich nochmal zusätzliche Updates direkt mit installieren. Und auch nochmal Medienformate, also unbedingt empfohlen. Dann wählen wir Weiter aus und jetzt können wir auswählen, Ubuntu installieren. Genau das möchten wir machen. Und dann können wir jetzt hier einmal auswählen, die interaktive Installation passt. Wir wählen auch nochmal Weiter aus. Und jetzt können wir auswählen, ob wir eine Standard- oder eine vollständige Installation haben möchten. Die Standard-Installation hat nur einen Webbrowser und sehr, sehr wenig Programme installiert. Die vollständige Installation hat dann sowas wie LibroOffice oder Thunderbird als E-Mail-Client noch installiert. Ich empfehle euch das zweite, außer ihr wollt einen cleanen Rechner haben, dann nehmt das erste. Ich gehe jetzt in meinem Fall mit dem zweiten hier ins Rennen. Dann wählen wir Weiter aus und dann können wir auswählen, ob wir proprietäre Software installieren möchten, die jetzt nicht Open Source ist. Muss man nicht, aber in dem Fall ist das jetzt hier einmal für WLAN, Hardware-Hersteller und auch nochmal zusätzliche Medienformate. Dass wir beispielsweise gewisse MP4-Kodex direkt abspielen können, empfehle ich unbedingt. Von daher wähle ich jetzt hier einfach Weiter aus. Und dann werden wir gefragt, wie möchten wir Ubuntu installieren? In dem Fall möchte ich auswählen, Ubuntu neben Windows Boot Manager installieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde euch Festplatte-Löcher und Ubuntu installieren nicht empfehlen, weil dort wird euer komplettes Windows platt gemacht. Bitte, wenn ihr Anfänger seid, noch nicht machen. Ich gehe jetzt hier in meinem Fall mit Ubuntu neben Windows Boot Manager installieren. Ich wähle Weiter aus und dann können wir hier auch direkt schon unseren Namen eingeben. Wie wir heißen wollen auf dem Rechner, könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. Ich mache das immer mit dem Vornamen. Wir können unserem Rechner noch einen Namen geben, wenn wir möchten. Aber was noch viel wichtiger ist, ist ein Passwort auszuwählen, mit dem wir uns dann anmelden können. Wenn ihr euren Rechner vollautomatisch anmelden lassen wollt, dann könnt ihr hier den Haken auch wegnehmen. Dann fährt der Rechner direkt hoch und lädt euren Benutzer. Ansonsten müsstet ihr hier nochmal ein Passwort eingeben. Ich gehe jetzt hier mal mit dem Standard. Dann wählen wir Weiter aus und jetzt können wir hier einmal unser Land auswählen, in dem wir leben bezüglich der Zeitzone. Erkennt er in der Regel schon automatisch. Von daher wähle ich jetzt hier nichts anderes aus. Jetzt werden wir gefragt, ob wir das wirklich alles so verwenden möchten. Das sieht alles super aus. Ich wähle Installieren aus. Dann wird Ubuntu auch schon installiert. Das dauert jetzt einen Moment. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wunderbar. Nach ein paar Minuten ist bei mir die Installation jetzt abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir können hier jetzt Neustarten auswählen. Wir sehen uns gleich beim installierten System. Nach einem Neustart können wir dann auswählen, ob wir Ubuntu oder Windows starten möchten. In meinem Fall habe ich mich jetzt hier für Ubuntu entschieden. Das wird hier auch automatisch jetzt hochgefahren. Und dann können wir hier uns einmal anmelden. Das machen wir doch mal schnell. Und wir landen beim Willkommensbildschirm. Den machen wir mal ganz schnell durch. Wir können hier einmal auswählen, ob wir Ubuntu Pro aktivieren wollen. Ich empfehle euch nicht unbedingt Ubuntu Pro zu aktivieren. Also ihr braucht es auf jeden Fall nicht als normale Privatperson. Von daher können wir hier immer Skip for Now auswählen. Das ist eher für Unternehmen gedacht. Und dann wird gefragt, ob wir mithelfen wollen, Ubuntu zu verbessern. Und verschiedene anonymisierte Systemdaten schicken möchten. Je nachdem kann man entscheiden, wie man möchte. In meinem Fall wähle ich jetzt mal Nein aus. Möchte ich nicht. Dann wählen wir weiter aus. Und das wäre es auch schon. Wir können hier einmal Finish auswählen. Und dann haben wir jetzt hier einmal unser Ubuntu 24.04 installiert. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Ja, die Ubuntu Oberfläche ist etwas anders, wie jetzt beispielsweise bei einem Windows- oder bei einem Mac-Rechner. Wir haben hier oben einmal so eine Taskleiste, wenn man so möchte. Hier oben ein Benachrichtigungscenter mit einmal Datumsanzeige. Wir können auch weitere Uhren hinzufügen und so weiter. Wetter kann man hier auch eintragen. Mit einer Erweiterung braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ja, hier habt ihr jedenfalls euren Benachrichtigungscenter. Hier rechts oben ist euer Systemcenter, sage ich mal. Dort können wir unsere Internetverbindung auswählen. Den Ton bestimmen zwischen dem Energiesparmodus und dem normalen Modus. Bei manchen rechnen auch mit dem Performance-Modus dann umschalten. Wir können auswählen, ob wir den dunklen oder den hellen Stil bevorzugen. Ich bleibe jetzt hier mal bei dem normalen Stil. Und dann können wir hier oben einmal Screenshots auswählen und einen Screenshot machen. Das lassen wir jetzt aber mal. In die Einstellung können wir gehen. Das schauen wir uns später nochmal an. Wir können unseren Rechner sperren und hier können wir ihn auch wieder herunterfahren und neu starten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wo das ungefähr ist. Auf der linken Leiste haben wir hier einmal verschiedene Anwendungen, die wir direkt durchstarten können. Und unten haben wir einmal Anwendungen anzeigen. Unser Menü, so wie man es vielleicht unter anderen Systemen auch kennt. Und wir können hier dann zwischen den verschiedenen Seiten hin und her blättern. Oder was sehr, sehr gut auch ist, ist die Suche hier. Hier können wir beispielsweise nach verschiedenen Anwendungen dann suchen. Aber auch beispielsweise Einstellungen und später sogar dann auch noch nach Softwareprogrammen. Ja, das ist es soweit. Erstmal zur Oberfläche von Ubuntu. Und ich würde sagen, wir starten mal mit ein paar Sachen, die ich euch unbedingt empfehlen würde, jetzt direkt zu tätigen. Das eine wären die zusätzlichen Treiber. Wir können hier oben mal in der Suche Treiber eingeben. Dann finden wir hier einmal zusätzliche Treiber. Naja. Und hier können wir einmal sehen, ob wir hier zusätzliche Treiber installieren können. Beispielsweise bei Nvidia Grafikkarten ist das der Fall. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist ziemlich hilfreich. Danach auf jeden Fall den Rechner neu starten, weil dort wird dann eure Grafik nochmal umgestellt. Und wenn wir damit fertig sind, können wir einmal im Menü nach Anzeige suchen. Hier haben wir das Anzeigegeräte, ist in den Einstellungen. Und hier können wir einmal auswählen, wenn wir mehrere Bildschirme haben, wie diese dann angeordnet sind. Oder wenn wir jetzt hier nur einen Bildschirm haben, was für eine Auflösung der haben soll. Und was für eine Skalierung. Wichtig, ich würde die Skalierung erst als letzten Punkt auswählen, wenn euch die Schrift einfach ein bisschen zu klein ist. Dann gehen wir mal ins Menü und suchen hier nach Schrift. Dort finden wir die Barrierefreiheit. Das ist total okay. Und dann können wir einmal bei Sehen die große Schrift auswählen. Dann ist die Schrift etwas größer. Und damit kann man dann eigentlich auch ganz gut arbeiten bei einem Laptop, der eventuell eine höhere Auflösung hat. Das reicht total. Wem das zu wenig ist, der macht das wieder aus und geht hier einmal nochmal auf Anzeigegeräte und können dann hier das Fractional Scaling, die fraktionale Skalierung aktivieren. Und können dann hier zwischen verschiedenen Skalierungen hin und her schalten. Das würde ich euch eher als letzte Instanz empfehlen. Versucht auf 100 oder 200 Prozent das Ganze zu machen. Die dazwischen sind okay, aber ich finde sie nicht so schön. Von daher, ich persönlich würde so weit wie möglich nur mit der größeren Schrift arbeiten. Dann wäre es das hier soweit zu den Anzeigengeräten gewesen. Und wir schauen uns einfach mal den Punkt an, wo wir uns weitere Anwendungen installieren können. Das ist hier einmal das Anwendungszentrum. Das wähle ich jetzt hier einmal aus. Perfekt, da haben wir es. Und dort können wir hier direkt nach verschiedenen Apps suchen. Beispielsweise Bitwarden als Passwortmanager kann ich empfehlen. Oder wenn wir mal nach Office suchen, sehen wir hier auch weitere Punkte. Slack, Discord, Gimp, Brave, LibreOffice, wobei LibreOffice bei uns jetzt schon vorinstalliert ist. Signal ist auch klasse. Und noch viele weitere Anwendungen. Könnt ihr einfach mal durchsuchen. Wir können auch hier bei Entdecken ein bisschen runtergehen. Dort findet man dann auch alles fürs Büro, also Produktivität eventuell. Und dort gibt es wirklich sehr, sehr coole Anwendungen. Ganz wichtig, Microsoft Word selber funktioniert so erstmal nicht unter Linux. Außer ihr nutzt eben die Version im Webbrowser. Das ist auch total okay. Diese Version von Word ist allerdings nicht so featurereich, wie wenn wir das jetzt hier auf unserem eigenen Rechner installieren würden. Als Alternative, dennoch, wenn ihr viel mit Word-Dateien zu tun haben werdet, kann ich euch Softmaker Free Office empfehlen. Hier haben wir den Kollegen. Das sieht schon sehr ähnlich aus zu Microsoft Office und hat auch eine sehr, sehr hohe Kompatibilität, eine weitaus höhere Kompatibilität, wie jetzt beispielsweise LibreOffice. Wie wir das installieren, machen wir doch mal ganz schnell. Ich wähle kostenloser Download aus und dann wählen wir hier bei Linux Download.deb-Datei aus. Das Ganze wird heruntergeladen und wenn wir jetzt hier einmal auf das Datei-Symbol gehen und versuchen, diese Datei doppelt zu klicken, dann öffnet sich die Archivverwaltung. Mit der können wir aber nichts anfangen. Witzigerweise unterstützt Ubuntu relativ zügig jetzt nach dem Release-Datum keine weitere Möglichkeit, so eine .deb-Datei zu installieren. Das ist so wie eine .exe-Datei, sage ich einfach mal. Oder eine .msi-Datei trifft es vielleicht sogar ein bisschen besser. Was machen wir damit jetzt? Dafür gehen wir nochmal ganz kurz ins Anwendungszentrum und suchen mal nach gdb. So heißt das Ganze. Und hier finden wir den gdb-Package-Installer. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu installieren. Wir geben einmal unser Passwort ein. Das dauert jetzt einen Moment. Dann haben wir schon mal unser erstes Programm installiert. Mit diesem Programm können wir weitere .deb-Dateien sehr, sehr einfach nachinstallieren. Sobald das jetzt mal installiert ist, können wir unseren Dateimanager hier nochmal öffnen und wählen einen Rechtsklick auf diese Datei aus und wählen Öffnen mit aus. Und hier können wir jetzt verschiedene Anwendungen auswählen. Und hier finden wir direkt gdb-Paket-Installationsprogramm. Dann wähle ich einmal aus, immer für diesen Dateityp verwenden, mache ich und dann wähle ich hier Öffnen aus. Und dann startet sich hier der Installer. Das dauert einen Moment. Dann können wir hier einmal auf Paket installieren drücken, geben unser Passwort ein und dann macht er das jetzt auch schon. Das funktioniert mit jeder anderen db-Datei. Und somit können wir uns relativ einfach zusätzliche Software installieren, die wir jetzt hier auch nicht im App Store finden. Wichtig, alle Anwendungen in diesem App Store sind komplett kostenlos. Es gibt gar keine Bezahlfunktion, also schaut da unbedingt mal rein. Wichtig, wenn ihr auf Linux umsteigt, nicht versuchen jedes Windows-Programm auf Linux im Laufen zu bringen, sondern schaut euch an, was für andere Programme, was für Alternativen hat Linux. Die funktionieren teilweise anders, ganz klar. Aber es lohnt sich wirklich hier mal durchzugehen und diese Programme zu entdecken. Ich habe verschiedene Videos schon mal gemacht über verschiedene Open-Source-Programme, aber auch Tätigkeiten wie beispielsweise Videoschnitt, Office-Software-Handling, PDF-Dateien bearbeiten und noch viele weitere Themen. Schaut euch da gerne mal die Videos in der Videobeschreibung an, da gibt es einiges. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Nach einer Zeit ist die Installation abgeschlossen. Wir können auf Schließen drücken und nochmal auf Schließen. Und dann können wir das auch schon starten, wenn wir nach Freeoffice suchen. Und dann finden wir hier unsere Anwendungen. Das wäre soweit zum Installieren von zusätzlichen Anwendungen. Nutze ich jetzt persönlich nur Softmaker für Office? Nein, ich muss sagen, ich nutze es eigentlich fast nie. Nur wenn ich mal mit einer Word-Datei handhabe. Sonst bin ich persönlich Libre-Office-Nutzer. Wer da einen Crash-Kurs braucht, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Gerne in die Videobeschreibung schauen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal kurz die Dateien an unter Ubuntu. Wie wird das denn gehandhabt? Also, wir haben hier einmal natürlich bei unseren Fenstern auch Minimieren, Maximieren und Schließen. Ist ganz klar. Und hier drinnen einmal unsere Dateien. Und wichtig ist, wir haben keine Bibliotheken in gewisser Weise. Wie jetzt unter Windows, wenn wir auf Dokumente gehen, dass alle Dokumente angezeigt werden, die auf dem Rechner vorhanden sind oder die für euch vorhanden sind. Nein, das sind am Ende einfach nur stinknormale Ordner, mit denen ihr hier arbeiten könnt. Müsst ihr aber auch nicht. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ja, Vorlagen brauche ich auf jeden Fall nie, dann löscht ihr den Ordner und dann passt es auch total. Also, ihr könnt hier euer eigenes Reich schaffen. Ich persönlich empfehle es, aber mit der Struktur hier zu arbeiten, weil die ist tatsächlich schon ziemlich sinnvoll und wird von verschiedenen weiteren Programmen unterstützt. Wichtig, den Schreibtisch könnt ihr nicht löschen. Das sind eben die Dateien, die auf dem Schreibtisch dann liegen. Ich empfehle euch aber, diesen Ordner ziemlich leer zu halten. Was ist der persönliche Ordner, den wir hier oben sehen? Das ist am Ende euer komplettes Reich, wo alle eure Nutzerdaten gespeichert sind, aber auch alle Konfigurationsdaten. Wie kommen wir an diese Konfigurationsdaten, wenn ihr das mal müsst? Ich muss sagen, ich finde es noch etwas unintuitiv. Können wir einmal hier machen. Hier finden wir das Hauptmenü. Ich würde es lieber da oben rechts erwarten. Ich denke, das werden sie mal in der zukünftigen Version auch nochmal verändern. Ich wähle hier einmal dann verborgene Dateinanzeigen aus und dann finden wir hier alle weiteren Dateien, die wir hier mit drin haben. Ganz wichtig, löscht bitte nichts von den verborgenen Dateien, außer ihr wisst, was ihr da tut, weil da sind auch wichtige Konfigurationsdateien für eure Anmeldung und so weiter drauf. Von daher schaut da mal ein bisschen, dass ihr da nichts zu sehr verwüstet. Aber manchmal kann das sehr, sehr hilfreich sein. Viele Konfigurationen von Programmen liegen entweder direkt hier oder unter .config und dann findet ihr auch die weiteren Sachen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wir können hier oben zurückgehen und wenn wir uns diese versteckten Dateien wieder ausbinden wollen, dann wählen wir hier oben den Haken wieder raus und dann sind wir hier wieder auf unserem normalen Dateimanager. Ganz wichtig, wo finden wir denn jetzt weitere Festplatten oder CDs oder weitere Sachen oder vielleicht auch Netzwerklaufwerke. Dafür wählen wir hier links einmal andere Orte aus und dort finden wir dann einmal hier weitere Festplatten. Hier wird auch eure Windows-Partition erscheinen. Ich musste ein bisschen tricksen in der Videoaufnahme, aber dort könnt ihr dann auch direkt auf eure Windows-Dateien zugreifen. Wichtig ist, Windows kann die Linux-Partitionen nicht lesen, aber Linux kann auch die Windows-Partitionen lesen. Von daher tatsächlich schon manchmal ziemlich hilfreich. Wenn ihr euch nochmal irgendwo anders hin verbinden möchtet auf einen anderen Server, dann könnt ihr hier die Serveradresse eingeben und teilweise hilft auch hier einmal das Fragezeichen, indem ihr sehen könnt, okay gut, wie verbinde ich mich beispielsweise zu verschiedenen Servern. In der Regel braucht ihr das erstmal nicht, aber es könnte irgendwann mal hilfreich werden. Apropos Server und Verbinden von Online-Konten und so weiter, das gibt es natürlich auch hier in Ubuntu. Dafür suche ich einfach mal in der Suche nach Online-Konten. Nebenbei, ihr könnt das ganz schnell öffnen, indem ihr die Windows-Taste drückt und jetzt einfach anfängt zu tippen. Dann können wir hier auch die Suche verwenden und ich wähle hier einmal Online-Konten aus und dann können wir hier einmal Google, Microsoft oder auch Nextcloud hinzufügen. Ich persönlich bin ein ganz großer Nextcloud-Nutzer, weil da gehört die Cloud euch selber. Und dann können wir hier unsere Daten eintragen und können dann auch direkt auf unsere Daten online zugreifen. Das geht natürlich auch mit Google und Microsoft so. Ja, wichtig ist eventuell auch nochmal, wie schreiben wir eine E-Mail-Adresse? Jetzt fragen sich die meisten, hä, was? Geht doch wie immer. Ja, tatsächlich geht das hier etwas anders. Wenn ich jetzt hier mal nach Texteditor suche, da haben wir ihn. Und wir jetzt beispielsweise hier E-Mail und dann add-example.com schreiben wollen, viele haben das gelernt mit STRG-ALT-Q. Das funktioniert hier unter Linux aber nicht. Von daher, wenn wir das Add-Zeichen schreiben wollen, dann schaut mal auf eure Tastatur. Wir haben einmal links neben der Leertaste eine Alt-Taste, aber auch rechts neben der Leertaste eine Alt-Taste. Die nennt sich meistens Alt-GR. Und wenn ihr jetzt die Alt-GR-Taste drückt und dann Q drückt, dann haben wir hier jetzt ein Add-Zeichen gemacht und dann kann ich hier example.com beispielsweise eingeben. Das funktioniert nebenbei auch unter Windows so. Das heißt, am besten angewöhnen, die Add-Taste bei jedem System mit Alt-GR und Q zu drücken. Dann könnt ihr diese Add-Taste hier auswählen. Super. Eine andere wichtige Sache ist natürlich auch das Drucken von eurem Linux. Dort können wir einfach mal im Menü nach Drucker suchen. Finden wir hier einmal. Und dort können wir hier Drucker hinzufügen auswählen. Und dann wird eigentlich auch schon automatischen Drucker gefunden, wenn ihr da einen habt. Und da wird auch in der Regel automatischen Treiber geladen. Und ich sage mal, bei 80% der Drucker funktioniert das schon ohne Probleme. Falls ihr einen Hersteller wie beispielsweise Epson habt, könnte das sein, dass der Standardtreiber nicht so super gut funktioniert. Beispielsweise hat Epson hier eine Treiberseite, wo wir den Produktnamen eingeben können. Beispielsweise ET28 gebe ich einfach mal ein. Wir suchen nach dem Betriebssystem. In dem Fall ist es Linux. Und ich wähle Suchen aus. Und dann finden wir hier auch schon Dateien und Treiber, die wir dann auch nochmal zusätzlich herunterladen können. Das hängt natürlich immer von den verschiedenen Hardwareherstellern ab, inwiefern gut die das unterstützen. In der Regel aber funktioniert euer Drucker schon ohne irgendwelche Konfigurationen und wird hier direkt schon angezeigt. Und dann kommen wir nochmal zu einem Extrapunkt, den ich euch ganz persönlich empfehlen würde. Und zwar gibt es den sogenannten Linux Assistant. Den könnt ihr finden auf linuxassistant.org. Das ist ein Tool, was ich selber geschrieben habe, was euch die Administration von eurem Rechner viel, viel einfacher macht und auch nochmal eine weitere Suche gibt und mit sowas wie einem Sicherheitsscan kommt. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ist komplett kostenlos, ist auch komplett open source. Das wird nicht nur für Ubuntu unterstützt, sondern für ganz viele weitere Linux Distributionen. Ich wähle jetzt in meinem Fall einfach mal download.deb aus. Das dauert einen Moment, da haben wir es. Und dann können wir auch schon auf diese Datei klicken. Dann müsste sich jetzt hier auch schon das gdebi-Paketinstallationsprogramm öffnen. Machen wir mal. Und ich wähle Paket installieren aus. Wir geben unser Passwort ein. Wichtig, immer wenn wir unser Passwort zusätzlich eingeben müssen, dann wird nach dem Administrator sozusagen gefragt. Also das können nur Benutzer machen, die Administrator sind. Sind wir aber standardmäßig. Also wir können diese Rechte eben so erlangen. Und nach kurzer Zeit ist die Installation dann schon abgeschlossen. Wir können hier alle Programme mal schließen und wir suchen jetzt hier mal nach Linux Assistant. Da haben wir ihn auch schon. Den öffnen wir einfach mal. Und dann können wir hier einmal weiter auswählen. Und dann wird gefragt, ist es erkannt, ist es dem korrekt, ist es in unserem Fall. Perfekt. Und dann können wir hier einmal auswählen, ob wir mit dem Tastenkürzel Alt Q hier bei Ubuntu den immer ganz schnell öffnen wollen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Muss man natürlich nicht. Und dann fragt er uns, Zeit deinen Rechner einzurichten. Ich empfehle das unbedingt, denn was er uns nämlich jetzt fragt gleich, lasst uns loslegen, können wir mal machen, Flatpak ist nicht auf unserem System installiert. Flatpak ist eine weitere Methode, Anwendungen auf Linux zu installieren, die Ubuntu nicht so von sich aus erstmal unterstützt, weil Ubuntu das Gegenpendant Snap hat. Aber fast alle anderen Linux Distributionen nutzen Flatpak. Viele Anwendungen sind nur auf Flatpak auch verfügbar. Von daher unbedingt empfohlen, euch Flatpak auch zu holen. Und das macht der Linux Assistant hier schon vollautomatisch. Von daher wähle ich jetzt mal einrichten von Flatpak aus. Wir geben unser Passwort ein und dann macht er das auch schon. Perfekt, ich wähle weiter aus. Und jetzt fragt er uns hier, ob wir noch einen zusätzlichen Browser installieren wollen. Wenn wir möchten, können wir direkt Google Chrome, Brave oder Chromium installieren. Chromium ist nur die Open Source Variante von Google Chrome, wenn wir so möchten. Und Vivaldi gibt es natürlich auch noch. Ich bleibe jetzt hier mal bei dem Standard, so wie wir es haben. Dann können wir auswählen, ob wir nochmal weitere Office Software installieren wollen. Brauchen wir jetzt auch nicht. Aber dann Kommunikationssoftware finden wir hier auch noch. Wir können direkt Teams installieren, Discord beispielsweise, Zoom, was ihr je nachdem braucht. Wähle ich jetzt auch erstmal weiter aus. Und dann kommen wir nochmal zu automatischen Konfigurationen. Die könnte gar nicht so schlecht sein. Und dann hier können wir einmal nochmal vergewissern, dass alle Multimedia-Codecs installiert sind. Dass das System auf dem aktuellsten Stand ist. Wir können auch eine automatische Aktualisierung eures Systems einrichten. Kann ich euch auch empfehlen. Und dann nochmal automatische Systemschnappschüsse. Das heißt, wenn euer System irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, dann kann man da relativ einfach auf einen Sicherungspunkt zurücksetzen. Das ist nur für das System, nicht für eure Daten. Ganz, ganz wichtig. Das solltet ihr nur aktivieren, wenn ihr mindestens 200 GB Festplattenspeicher habt. Für euer Ubuntu. Wenn das weniger ist, dann lasst das mal lieber sein. Also können wir hier auch immer abwählen. Mache ich jetzt in meinem Fall mal. Ansonsten sehr zu empfehlen, wenn ihr da ordentlich was an Festplattenspeicher habt. Dann wähle ich einmal weiter aus. Und dann können wir einmal unser Passwort eingeben. Ich wähle anmelden aus. Und dann macht er das Ganze auch schon. Das dauert alles ein Momentchen. Wer neugierig ist, was das Ding macht, wie das mit der Magie funktioniert, der kann sich hier die Befehle einblenden lassen, weil Linux funktioniert sehr, sehr, sehr gut auf dem Terminal. Und Linux Assistant ist ein Programm, was euch diese Terminalarbeit abnimmt. Wie viele weitere Anwendungen natürlich auf Linux. Ich würde mal sagen, die wenigsten Nutzer brauchen überhaupt ein Terminal. Wer daran aber interessiert ist, wie das funktioniert und sich da ein bisschen reinarbeiten möchte, was manchmal, vor allem bei Installation von Treibern und so weiter, hilfreich sein könnte, sage ich mal, der kann sich gerne mal den Terminal Crashkurs anschauen. Das habe ich auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Ja, nach kurzer Zeit sind wir hier fertig. Und dann können wir hier auch noch mal uns anschauen, was für verschiedene Features der Linux Assistant mit sich bringt. Ich sage mal, lasst uns loslegen. Und dann kommen wir hier in den Startbildschirm eigentlich. Das ist jetzt so, wie wir ihn immer vorfinden. Wir sehen direkt, was für eine Festpartnauslastung haben wir. Wie viel CPU, wie viel Arbeitsspeicher verbrauchen wir und wie viel Swap-Speicher verbrauchen wir. Das ist der Auslagerungsspeicher. Wenn der Arbeitsspeicher mal volllaufen sollte, dann haben wir immer noch mal einen Auslagerungsspeicher. Dann sehen wir hier, was installiert ist und so weiter. Und wir haben aber auch noch mal solche Sachen, wie die Sicherheitsüberprüfung. Die können wir entweder hier in der Funktionsübersicht finden. Dort findet ihr noch viele weitere Funktionen. Oder wir können einfach danach suchen. Sicherheitsüberprüfung. Nehmen wir uns einfach mal mit. Dann gebe ich mal das Passwort ein. Und dann analysiert er das Ganze schon. Perfekt, wir sind da schon ziemlich gut unterwegs. Eine Sache müssen wir noch mal machen. Netzwerksicherheit. Firewall ist inaktiv. Das ist soweit, wenn ihr nur in eurem lokalen Netzwerk seid. Wenn euer Rechner immer an eurem Schreibtisch steht. Eigentlich total okay. Solange ihr nie in einem Hotel WLAN oder anderen Sachen seid, ist das total okay. Ansonsten kann es hilfreich sein, die Firewall zu aktivieren. Das machen wir doch einfach mal. Ich wähle Beheben aus. Gebe mein Passwort ein. Und wähle Anmelden aus. Das macht er jetzt hier noch mal kurz. Man kann nebenbei die Befehle wieder ausblenden, wenn man möchte. Da war ich jetzt aber zu langsam. Dann können wir einmal unser Passwort noch mal eingeben. Jetzt analysiert er noch mal nach. Und jetzt sollten wir vier Haken bekommen. Und wenn wir das schon mal haben, dann seid ihr schon mal gar nicht so schlecht sicherheitstechnisch ausgerichtet. Natürlich ist es nicht das Ende der Fahnenstange. Aber es gibt schon mal einen guten Anhaltspunkt. So, dann gibt es noch viele weitere Funktionen vom Linux Assistant. Ihr könnt ganz einfach Software installieren. Hierüber auch Flatpacks, beispielsweise Solanum ist ein Pomodoro-Timer. Und noch viele, viele weitere Programme. Gerne mal ein bisschen rumsuchen. Und natürlich auch die anderen Funktionen hier auswählen. Gut, das wäre es eigentlich soweit dazu. Dann schließen wir einmal den Linux Assistant. Und dann sind wir eigentlich erstmal durch für das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch eine schöne Einführung zu Ubuntu geben. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr diese immer gerne bei Linux Guide stellen. Das ist hier unser Kanal im Hintergrund. Und wir haben tatsächlich immer in der Regel alle zwei Wochen einen Livestream. Eine freie Fragestunde, wo man dann auf YouTube direkt ab 19.30 Uhr jeweils Fragen rund um Linux stellen kann. Also schaut da gerne mal rein. Und abonniert natürlich gerne den Kanal, dass ihr nichts weiteres verpasst. Und solltet ihr dann doch nochmal spezifischere Hilfe brauchen, dann bieten wir auch einen Linux Support an. Sowohl für dich, aber auch beispielsweise für Unternehmen. Schaut da also auch gerne mal rein, wenn ihr da Interesse habt. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und das wäre es soweit zum heutigen Video gewesen. Ich empfehle euch beispielsweise jetzt das Video, meine Top 10 Open Source Programme aus dem letzten Jahr. Dort findet ihr eventuell doch noch einige neue Linux Anwendungen, die ihr unbedingt nicht verpassen solltet. Macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!